Meine Damen und Herren, eine besondere Ankündigung über ein Konzert, das stattfinden soll in Frankfurt. Halter Oper mit der 9. Sinfonie von Ludwig von Beethoven, gespielt von Anima Eterna Brügge, ein Projektorchester, das ich schon 30 Jahre leite und für diesen Abend die Direktion durchgebe an meinen Kollegen Cornel Bernolet, die ich ihm mit vorstellen will. Das Projekt ist zustande gekommen im Zusammenhang mit unserem Bemühnis in die Zukunft, das Orchester weiter leben zu lassen, so dass wir weiter der ewige Beethoven und andere Komponisten als die Vergangenheit präsentieren können, so viel wie möglich in ihrer Originalgestalt mit historischen Instrumenten in die Besetzung von damals. Eigentlich um zu probieren, das nicht altmodischer vorzustellen, aber frisch und moderner, aktueller. Das alles im Bereich von einem anderen Projekt, das heißt Next Generation, wo wir Chancen geben an junge Dirigenten mit des Orchestererfahrung aufzutun und langsam zu infiltrieren. My journey with Anima Eterna Brügge started two years ago, when I was assistant conductor for the Beethoven cycle in Mexico. I was assisting Joss for that project, but he had a piano recital on one day that the orchestra had to rehearse. So I was given the opportunity to lead that rehearsal, so I got to know the Ninth Symphony from inside out. And I'm very excited that I have been given the opportunity to lead the whole symphony now in concert as well. And for me it's a complete journey now, because I know the orchestral parts from that assistantship. I also know the vocal parts quite well, because I prepared several choirs in Belgium and around for other conductors. So when I was sitting in the hall and I will be standing on stage, for this project. So I'm very excited and I hope to see you there in Frankfurt. Zugleich will ich profitieren von der Gelegenheit, Ihnen eine neue Erscheinung anzukündigen von unserer Beethoven-Sinfonien und Overtures, die wir vor Jahren schon aufgenommen haben. und in eine neue Präsentation jetzt bei ALPHA wieder herauskommen, Anfang März. Für das Konzert in Frankfurt wünsche ich Cornel und das Gasorchester viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank.